Eine Zuschauerin von mir hat mir dieses Video gesendet und hat gesagt, sie hat was ganz Besonderes an ihren Daumen. Ich hab vielleicht keine besonderen Talente, aber ich hab eine Besonderheit oder so. Keine Ahnung. Okay, ich bin gespannt. Warte mal, jetzt soll ich dir auch eine besondere Fähigkeit oder ein besonderes Körpermark mal besitzen. Dann poste gerne ein Video mit dem Hashtag FancyFähigkeiten und ich werde auf dein Video reagieren. Und jetzt schauen wir mal an, was sie an ihren Daumen hat. Ähm, ich hab zwei unterschiedlich große Daumen. Ja, that's pretty much it. Also, man sieht es jetzt nicht so krass, obwohl doch, ja, halt auch die Nägel komplett verschieden. Ich weiß nicht, warum es so ist. Das hab ich ja noch nie gesehen.